Er braucht nur einen Ball zu wittern, dann beginnt er schon zu zittern und holt seinen frisch geklebten Schläger raus. Und sein Service, das Extreme, stellt den Gegner vor Probleme und wenn das nicht hilft, packt er erst richtig aus. Zwischendurch malt schnell ein Bierchen, schärft den Blick und spült die Nierchen, hat der Gegner dann auch nicht die Schnauze voll. Schießt er ohne lang zu fragen, bände stets aus allen Lagen und als Grund dafür gibt er zu Protokoll. Braucht kein Gut und kein Geld, Tisch, denn es ist meine Welt, diese Schnelligkeit und Kraft ist gepaart mit Leidenschaft. Und am Tisch seh ich nur, Pfund für Pfund, Erotik pur. Es gibt nur eins, was für mich zählt, der kleine Ball ist meine Welt. Bei Herrn von gutem alten Schlage, so wie ihm stellt sich die Frage, sind die Noppen für den Gegner ein Problem. Mal mit Schnitt, dann wieder schnittlos, aber das ist doch nur brotlos, denkt der andere, ja was mach ich jetzt mit dem. Und spielt der dann mit Gefühl, kurz und lang und bleibt stets kühl, hebt die Hand er hoch und sagt dann schnell time out. Oder er wird kurz bewusstlos und dazu noch seinen Frust los und als Grund sagt er am Ende dann ganz laut. Braucht kein Gut und kein Geld, Tisch, denn es ist meine Welt, diese Schnelligkeit und Kraft ist gepaart mit Leidenschaft. Und am Tisch seh ich nur, Pfund für Pfund, Erotik pur. Es gibt nur eins, was für mich zählt, der kleine Ball ist meine Welt. Doch wenn die Freunde sich dann sehen, die seit Jahren sich verstehen, beim Turnier, da ist die Freude riesengroß. Denn wer diesen Sport nicht kennt, der hat das Leben voll verpennt und beim Feiern legen wir erst richtig los. Braucht kein Gut und kein Geld, Tisch, denn es ist meine Welt, diese Schnelligkeit und Kraft. Ist gepaart mit Leidenschaft, ist gepaart mit Leidenschaft und am Tisch seh ich nur, Pfund für Pfund, Erotik pur. Es gibt nur eins, was für mich zählt, der kleine Ball ist meine Welt. Braucht kein Gut und kein Geld, Tisch, denn es ist meine Welt, diese Schnelligkeit und Kraft ist gepaart mit Leidenschaft. Und am Tisch seh ich nur, Pfund für Pfund, Erotik pur. Es gibt nur eins, was für mich zählt, der kleine Ball ist meine Welt. Der kleine Ball ist meine Welt. Tischtennis ist unsere Welt. Das war die beste Übung. Das war die beste Übung. Das war die beste Übung. Beinarbeit können wir mit verschiedenen Ballwegen trainieren. Wir können uns am Returnboard einspielen, kleine Übungen spielen, aber auch ein Techniktraining absolvieren. Das Returnboard gibt uns direktes Feedback über die Rotationsstärke, also wie viel Rotation wir wirklich mit unseren Schlägen spielen. Ich bin positiv überrascht, wie gut man mit einem solchen Returnboard trainieren kann. Das hat sie gezwung. Das wird ein нее glorystärken. Das hat sie gezwangen, die Frau in den Mitt Untertitelung des ZDF, 2020